Ja! Howard hat ja ein Geschenk mitgebracht. Das ist sehr schön. Howard? Schon wieder eine Lampe? Weil es eine Wandlampe ist. Ja, es ist eine Wandlampe. Es ist eine Wandlampe. Wo ist der Howard denn? Howard? 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 What? So. Dies kann erfüllen. Wo ist der Hund denn jetzt? Wo ist denn dieser Hund? Wo ist der Hund? Howard? Da ist er! Da ist er ja. Diese Pflanze muss nicht gegossen werden. Hatte ich auch nicht vor. Bin nur dran gekommen, Mann. Bin da nur dran gekommen. So. So. Oh. Kein Wasser mehr. Weißt du? Kein Wasser mehr. Das gibt's ja nicht. Da ist auch noch nix fertig. Hier auch noch nix. Da auch noch nix. Ja. Howard. Alles gut. Howard strahlt vor Lebensfreude. Das finde ich gut. Howard hat Freude. So. Düp 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 düp. Was soll ich denn jetzt mit dem Pilzhut hier machen, ey? Huih. Huih. Specki und Kacki. Eingesammelt. Geil. Schweini. Chari. Ein Schwein. Zwei Schwein. Ein Huhn. Zwei Huhn. Drei Huhn. Vier Huhn. Wo ist euer Ei? Ei. Muuh. Brav gemacht. Brav gemacht. Brav gemacht. Achso. Gib mir die Milch jetzt her. Gib mir deine Milch. Brav gemacht. Okay. Trotzdem brav gemacht. Welche? Ja. Trotzdem brav gemacht. Schermaschine. Maude. Die Maude wird rasiert. Die Maude wird rasiert. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem Zeug machen soll eigentlich. Naja. So. Kuhfutter. Das gute Kuhfutter. Achso. Moment. Die Wolle. Hurrz. So. Äh. Dreimal Ei. Ei wird gekocht. Haben wir gerade schon gelernt. So. Äh. Dreimal Milch. Die kommt nach unten. Ähm. Dunk. Ja. Kacki kommt hier hin. Schön ins Regal. Kacki könnte man eigentlich auch verkaufen. Ups. So. Mischstation. Habe ich noch Nägel und so weiter. Ne. 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 Oder habe ich die irgendwo abgelegt. Ne. Habe ich nicht. Gut. Müssen wir gleich nochmal einshoppen gehen. Das können wir eigentlich auch direkt machen. Ähm. Misch. So. Dafür brauchen wir gleich zweimal Blech. Ein Kabel. Nägel und. Ja. Die Mischstation. So. La. 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 Ist es wirklich schon jo spät? Spät? Achso, die wohnt ja hier hinten Mein Gott, was für ein Schöner Fernseher, der jetzt hier ist Einrichtungsanforderung abgeschlossen Stufe 2 ist da, yeah Geil Achso, hier kann ich jetzt raus Wir könnten Fohlen noch suchen Der rennt irgendwo da hinten rum Ich habe getan, was sie verlangt haben Jetzt müssen wir den Teil der Abmachung einhalten Achso So, äh, was habe ich gesagt? Zweimal Blech, Kabel, Nägel Zweimal Blech Eins, zwei Oh, das Kabel Ach, das Kabel Nägel Dann habe ich eigentlich alles, ne? Zweimal Blech, Kabel, Nägel und die Misstation Und dann auch den Kombinierer Den haben wir woanders stehen So, ähm Die nehmen wir mit So, hier entsteht was Dafür brauchen wir dreimal Fass Vier Kisten Dreizehn Zaun Und einen Stand Ich habe es schon wieder vergessen, wie viele Fässer wir brauchen Naja, egal Ich habe aber behalten Stand Ist das schon mal was Stand Roter Marktstand Blauer Marktstand Ist eigentlich relativ egal, welchen wir haben, ne? Fässer Äh, ach komm Man kann auch mal vier Fässer Äh, Kisten Leere Kisten oder Kisten? Ja, wir machen aber vier Kisten So Ähm Und Zaun Zaun Vierzehn Zaun Alles gut Äh, der Kombinierer war glaube ich drinnen Kombinierer Der Kombinierer ist ein schwieriger Kandidat Na, so Das ist dann, ne? Da wird dann So Die Misstation für die Pastarie Ja, ist fertig Damit kann dann direkt die nächste Stufe losgehen Geil So, geh mal doch weg Geh doch mal weg Geh doch doch weg Ja, gut Eigentlich war abgeschlossen Danke Janito, du bist meine Rettung Allein der Gedanke daran Ausgefallene Torten Ohne Maschine Hilfe zu backen Bereite mir Kopfschmerzen Auch alleine darüber nachzudecken Wie viele hier alleine zu erledigen haben Ich habe mir schlaflose Nächte Hey, weißt du was? Wie wäre es, wenn du mich ein wenig unterstützt? Liebend gerne Fantastisch Natürlich nur, wenn du überhaupt backen kannst Wenn du einen leckeren Käsekuchen zauberst Wäre das Beweis genug Lass mal gucken, wie ein Käsekuchen geht Käse Okay Dafür brauchen wir Eier Einfaches Mehl Ja, gut Ich komme gleich wieder Oder können wir hier Können wir hier Eier? Nö Kann ich auch im Käsekuchen Einfach Gemüse Gemüsekuchen? Äh, Gemüsekuchen Das hört sich aber eklig an Ich bin sofort wieder da So Was haben wir denn hier? Ei Butter Einfaches Mehl So Äh, Sahne Und Zitrone Wo haben wir denn Sahne? Ich brauche Sahne Das ist Joghurt Okay Sahne haben wir schon mal hier gar nicht Äh, Zitrone Haben wir denn irgendwo eine Zitrone hier rum Schabellen? Eine Zitrone Da muss ich einen Joghurt wohl selber machen, wa? Ach, Leif, lass mich doch mal Lass mich doch mal durch In meiner Unschuld Das muss eh gemischt werden Das heißt Das Ei kann ich hier drauf tun Die Butter auch Das einfache Mehl auch Nein, kann ich nicht Weil Wir müssen ja Äh Nein Nicht die Was will ich denn mit der Gurke? Ich brauche keine Gurke Ich brauche Milch So Damit machen wir Sahne dann nämlich Doch mal einer die Gurke wieder wegbezuprat So So, Sahne So, Milch kann wieder weg Dann kann ich aber Die Sahne Ach, aus Sahne machen wir auch Butter, ne? Gut, egal Äh, so Käsekuchen Ei, einfaches Mehl Achso, Mischen Ei, einfaches Mehl Und Butter So, pass mal auf Ei Einfaches Mehl Butter So Erfolg Tortenbäcker So, jetzt haben wir Rohen Rohen Kuchenteig Da kommt drauf Der Teig Käse? Wo soll ich denn jetzt Käse herholen? Wie macht man denn Käse? Muss ich mal eben nachgucken Käse aus Dreimal Milch Und Salz Das muss man kochen Wo ist die Milch? Leute, Leute Ihr macht mich aber auch alle wahnsinnig hier So Ich schwitze ja jetzt schon Weißer Zucker Habe ich, habe ich nicht noch? Einfaches Mehl Habe ich aber hier noch So, pass mal auf Äh Das gekochte Ei Bringen wir erstmal weg Weil das bringt ja Geld So Ähm Was habe ich gesagt? Milch Milch kochen Mit Salz Ergibt Käse So Wir haben auch noch Sahne hier Ja, ist ja gut, Hund Sahne Zitrone Ist jetzt gut So Und dann wird irgendwann auch mal Der Haben wir den Käse schon fertig? Nee, Käse ist noch nicht fertig Käse kocht noch Käse Wird ja auch Käsekuchen So Es wird ja auch Käsekuchen genannt So Runde Kuchenform Backen Runde Kuchenform Das machen wir vielleicht in der Pastarie Oder können wir da gar nicht backen? Doch, können wir, oder? Nein Backen Wo ist die denn jetzt hin? Haut hier einfach ab, weißt du? Sagt, ah, ich hab so viel zu tun Ah, mhm, mhm, mhm Und haut dann weg Es rennt einfach weg Lässt mich hier total alleine Ist er jetzt fertig? Käsekuchen Wo ist die denn jetzt hin? Emilia Ich hab Käsekuchen Emilia? Käsekuchen? Wo ist sie jetzt? Die ist sicher ein Saufen Hier in der Taverne Ah, wie wunderbar Das duftet Ja, das ist der Alkohol Den du gesoffen hast Ich seh mir das mal genauer an Hm Hm Das ist perfekt Das hätte ich selber Kaum besser hingekriegt Johnny, du Von heute an Darfst du mir beim Backen unterstützen Cupcake Gut Toll Hier, das hast du heute verdient Von zweit Ein richtig großes Ding Das soll's in besseren Übung bleiben Tagebuch aktualisiert So Ich glaub eher Das, was uns im Hut bleibt Ist wohl dein Dein Alkoholgenuss Ich hab so viel zu tun Hilf mir mal Hm Man geht die Saufen Ich schwör Das gibt's nicht Jetzt hab ich noch ne Wildbäre Eingeheimst hier Oder was Aber ich hab so viel zu tun Oh, ich weiß nicht Wie ich damit fertig werden Soll Blop, saufen Wo bist du denn? Ach Hier war der Zucker Zuckerrüben Hier waren mal eins Die Zuckerrübst Diesen Gegenstand Kannst du nicht verkaufen Ich will keinen Hut Auf jeden Fall Den nicht Warum? Warum muss ich so einen Hut tragen? Na gut Ich geh mir mal umziehen Achso Wenn das so ist So Jetzt kann ich den Milchkannenhut wenigstens verkaufen Ich seh jetzt mal aus wie Ich wese nicht Wie Nachbarslumpi Ja Aber hey Total egal So Was können wir denn jetzt nach oben noch ein bisschen Können wir nach oben noch ein bisschen Weg Weg Bratzeln Weil wir sind ja bei Stachsel Dann bratzelt man ja Bratzel Voller Bratzel Ey So Der Berg muss weg Das wäre ganz perfekt Wenn der Berg ist weg Können wir ausbauen Ganz versteckt Ne weiß ich nicht Ähm So Erde 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 Ja ja Gras Ja du Gras Gras Erde So So Lalalalalalalala Unser Bauernhof der wächst Boah die ganzen Steine Den ganzen Tag hier wegkloppen Das ist aber auch ein bisschen anstrengend Wollte ich ganz ehrlich sagen Das finde ich schon Ne Schweinerei Na ja Und wir müssen den Tag hier irgendwie jetzt auch ein bisschen rumkriegen und so Hilft ja alles sonst nix Können auch nachher noch ein bisschen Stein verkaufen vielleicht Das bringt zwar nicht viel Das ist Rohstein aber wir können ja daraus noch was craften Und dann bringt es vielleicht ein bisschen mehr Ich weiß es aber nicht Als Stein können wir hier glaube ich aus dem Berg noch genug sammeln Auch genug weiß ich jetzt nicht aber reichlich Es gibt genügend Da ich ja so ein bisschen größenwahnsinnig war und gesagt habe Geil wir nehmen die fetteste größte Map die es überhaupt gibt Das machen wir ist die Map ein wenig groß geworden Oh ja ein bisschen Wind habe ich abgekriegt Sehr schön Der Ventilator läuft Schon irre schnell Der Hund steht davor Das ist nicht ganz liell Der Hund ist kühl Ich schwitze ein Ast Das macht so keinen Spaß Ne ich kriege den Spaß Ja oder was Irgendwie sowas Auf jeden Fall bin ich mir ein Ast am Abschwitzen So bringen wir erstmal ein bisschen hier Gestein weg Deshalb machen wir wieder Steinblöcke raus Und Steinblöcke kann man eigentlich verkaufen Also alles gut Was kriege ich mal denn so für Steinblöcke Das würde ich gerne mal wissen Wahrscheinlich auch nicht so die Welt Naja ist gut Wie gesagt Dass es nicht die Welt ist wusste ich Aber was soll ich sonst mit dem Kram machen So Ne nicht Milch kann Hund Gut Mann Den Pilz nehme ich mal mit Und dann gehen wir eine Runde pennen Eine Runde schlafen So Okay